Immer mehr Läuferinnen und Läufer setzen auf Kompressionssocken, Kompressionsstrümpfe und Kompressionstechnologie. Ich natürlich auch. Ein Riesenvorteil dabei ist einfach vom Kompressionsstrumpf der leichte Druck auf die Unterschenkelmuskulatur. Somit kann das Blut besser zirkulieren und hat längerfristig ein gutes Laufgefühl. Was auch noch ein Riesenvorteil ist, speziell für Laufbeginner, wo das Binde- und Stützgewebe noch nicht so gut entwickelt ist, der Kompressionsstrumpf gibt einfach ein haltendes, stützendes Gefühl und das ist auch noch ein guter Punkt. Ich verwende natürlich auch Kompressionssocken, Kompressionsstrümpfe. Für mich ist der Riesenvorteil, dass ich das Anschwellen des Fußes somit verzögern kann und ich habe längerfristig ein gutes Gefühl im Laufschuh.